Die Nummer neu. Hallo, mein Name ist Lotta und das ist meine Freundin Hanna. Wir leben jetzt seit über drei Monaten in Ghana. Wir arbeiten dieses Jahr an einer Schule für Hörgeschädigte und unterrichten dort Mathematik in der Junior High School. Und Weihnachten? Weihnachten wurden wir von Freunden eingeladen, mit ihnen in ein Bibelcamp zu geben. Das Camp wird von der Church of Christ organisiert. Eine Kirche hier in der Nähe und ist speziell für Hörgeschädigte, Schüler, Lehrer und insgesamt die ganze Community. Es findet in Kumasi statt und es werden Gehörlose aus ganz Ghana kommen. Wir freuen uns sehr darauf, Weihnachten mal anders erleben zu dürfen und hoffen auch weiterhin unsere Zeit hier genießen zu können. Bye, bye. Bye, bye.